Hallo, der Ralf hier vom Echolotzentrum. In meiner Hand habe ich eine Micro SD Speicherkarte und zwar eine mit 32 GB. Diese 32 GB hat eine ganz gewisse Bewandtnis, denn das ist das Größte, was die Echolote in der Regel lesen können. Zum Beispiel ein Elite FS, wie ihr hinter mir seht, denn diese ganze Geschichte zeige ich euch aus einem ganz gegebenen Anlass. Ich habe in der letzten Zeit wieder viele Anrufe gekriegt, wo Leute gefragt haben, wie funktioniert eigentlich Genesis Live auf den Geräten? Muss ich dafür eine Seekarte kaufen oder kann ich das auch so machen? Also grundsätzlich, wenn ihr eine Seekarte von C-Map kauft, dann funktioniert Genesis Live. Habt ihr eine Seekarte von Navionics, dann funktioniert Sonar Chart Live, die könnt ihr das also auch. Und wenn ihr keine von beiden habt, sondern weil ihr zum Beispiel auf dem Vereinssee unterwegs seid oder auf einem Gewässer, was eh nicht kartografiert ist oder ihr euch schlichtweg einfach keine Karte kaufen möchtet, dann reicht so eine leere Micro SD Karte von 32 GB und selbst damit könnt ihr dann kartografieren. Dafür müsst ihr auf eurem Echolot einfach nur die Karte auswählen, also erstmal die Hauptanzeige der Karte nehmen. Jetzt seht ihr auf der rechten Seite hier beim FS repräsentativ ein Kartenmenü dazu, wo man verschiedene Funktionen hat. Einmal die Kartenquelle steht jetzt hier, das ist wichtig, auf C-Map World, also man kann auf Lawrence oder auf C-Map stellen, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es einen Punkt, der nennt sich Overlay. Und dieses Overlay klickt ihr an, jetzt seht ihr, jetzt steht er auf Aus und dann kann man halt verschiedene Sachen wie Struktur. Im Übrigen, wenn man Struktur anklickt, dann hat man von seinem Structure Scan-Geber so einen dicken, fetten Balken hinter dem Dreieck. Also das ist ja eure Position, dann zieht ihr so einen blauen Balken hinterher. Viele fragen immer, was ist das? Also das ist dann Structure Overlay. Dann müsst ihr einfach das deaktivieren, dann ist der breite Balken wieder weg. Ihr könnt euch eine Temperaturkarte anzeigen lassen, bedeutet über den Echolot-Geber misst ihr ja die Temperatur und der zeigt dann so den Temperaturverlauf, wo es wärmer und kälter wird. In der Simulation geht es leider nicht. Aber back to the roots, zurück zu Genesis Live. Das steht ja jetzt hier nicht als Overlay. Und jetzt mache ich mal eins, ich nehme jetzt die leere Karte, lege die ins Gerät. Alles andersrum, da war falsch rum, so. Ne, super Vorführeffekt hier. Legt die Karte ins Gerät ein, so jetzt ist sie drin, klickt die rein und siehe da, Genesis Live ist wie aus magischen Händen entstanden. Jetzt das markieren ist in dem Fall schon, dann hat er das drin und dann macht er das automatisch. Und wenn man jetzt, da wir jetzt in der Simulation sind, funktioniert es jetzt wieder nicht. Aber wenn ihr jetzt auf dem Wasser seid, dann würde er in Echtzeit eine Karte erstellen. Und zwar aus euren tiefen Daten, die ihr dann auf dem Gewässer habt. Aber idealerweise, hier, jetzt kann man es gerade sehen, es ist aufgepoppt, selbst in der Simulation. Also es entsteht quasi eine Tiefenkarte in Echtzeit. Wenn ihr jetzt kleinere Gewässer habt, einfach so als Tipp, fahrt mit eurem Boot einmal eine Runde das Ufer ab, dann habt ihr alles drauf. Denn zu den Seiten errechnet der so ein bisschen und nach innen hin könnt ihr voll machen, da habt ihr dann ja Wasserfläche. Und wenn ihr Genesis Live aktiviert habt, also die richtigen Kartendaten hinterlegt, Genesis Live im Overlay aktiviert und dieses hier, was man hier jetzt gerade sehen kann, also die Karte nicht entsteht, dann müsst ihr folgendes machen. Dann geht ihr über die Einstellung des Gerätes, in dem Fall ist das Pages, Zahnrad und dann haben wir hier den Punkt Netzwerk. Dann geht ihr über die Einstellung auf Netzwerk und da als drittes von oben Auto-Config. Anklicken, einmal Ja drücken, das Gerät macht jetzt im Hintergrund einen Datenquellenabgleich und erkennt dann die Position über die GPS-Antenne wieder und normalerweise, in 99,9% der Fälle, funktioniert dann auch Genesis Live. Und somit könnt ihr eure Gewässer kartografieren, selbstständig kartografieren, die Daten bleiben auf der Karte oder ihr macht einen Temperaturverlauf. Jetzt hier mal zum Beispiel in der Simulation schön zu sehen, dann gibt es von grün zu rot, jetzt haben wir hier rot, das ist sehr warm, also in dem Fall würde er jetzt hier ein sehr warmes Wasser haben, also das könnt ihr einschalten. Ist vielleicht für die Angler unter euch interessant, die im Frühjahr die flacheren, wärmeren Stellen suchen, wo die Fische aktiv sind oder so, also da könnt ihr einiges rumspielen. Ihr müsst aber auf jeden Fall eine leere Micro-SD-Karte dafür nehmen, das ist das Wichtigste und diese darf auf keinen Fall größer sein als 32 GB, denn sonst erkennt das Gerät ihr nicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Hilfestellung leisten, wie gesagt, waren viele Anfragen und die, die mich jetzt anrufen, kann ich auf das Video verweisen und ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.